und dann willkommen zurück zu super mario galaxy 2 ja ihr habt das spiel lange nicht mehr gespielt ach du heiliger okay das ist ja wer gesagt ich hab's lange nicht mehr gespielt was so lange war wieder nicht 12 mai 2015 12 mai 2015 wir haben gerade februar 2016 ach du weißt wir haben man merkt also ich habe das spiel lange mehr gespielt also wirklich lang nicht mehr gespielt das sind hier zwei jünger stimmen wir haben das jetzt mal bauzer besiegt hier sehen wir aus als galaxien tor und haben machen und weiter bevor wir nun zu welt es gehen wir sind ja wie in welt es reise schon unten macht mit mario ich glaube hier so geht es schneller gehen wir mal kurz zurück weil hier ist ein komet beheilung bausers geheimer stern und das wird wieder toll mit der steuerung einzuwinden auch nein ich hasse euch wenn ich schon wieder die zeit da sehe das wird ja wieder witzig 30 sekunden was ist hier oben ich hoffe ein bisschen zwei du bist keine zeit du bist alles aber keine zeit dreck dreck und das sind 20 sekunden dreck 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 der max pilz ist jetzt weg also ich krieg das zeitlich nicht mehr hin der max pilz hat so ungefähr alles versaut ich lasse ich spielen ende es und der skill fängt daran wo er das letzte mal aufgehört hat bei null so Mario step so geh weg wunderbar jetzt geht alles etwas schneller ich würde die schnelle gerne mitnehmen so 30 sekunden haben wir jetzt geht es an 3 die man sich mal zu denken das ist würde ich beginnen mitnehmen so 10 sekunden sind wir nicht ok habt ihr nur sie noch ich weiß nicht wie aber ihr habt sie noch ich weiß nicht wie aber ihr habt sie noch ich nehm hier jede 10 sekunden mit äh ah spiel du hast mich verarscht hallo irgendwie funktionieren die teile nicht ja 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 Okay, das war blöd. Ja, Mario, ich weiß, das war blöd. So, das geht doch alles. Hä? Ich muss hier mal einen Sprung. Und dann funktioniert alles, blöd. Noch dieser Weg und 30 Sekunden. Oh, so ein Checkpoint. Das heißt, es ist nicht nur noch dieser Weg. Na, Dreck. Ein Checkpoint sagt dir immer, das geht normalerweise. Dann, der Checkpoint verarscht mich. Oh, das Spiel weiß, dass der Kamek dumm ist. Nimm mit. Dut, 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 dut. No. Ja, ich hab's gesehen, da ist nichts. Da ist nur ein One-Up. Okay, 30 Sekunden nochmal neu. Nicht eigentlich keine Zeit, weil ihr habt ja hier ja wunderbar. Ich hasse diesen Kamek. Ich hasse ihn. Magic Cooper. Oh, ich hasse ihn trotzdem. Geh weg. Jetzt einfach nach links. So. Nein, 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 nein. Alter. Gibt's hier keine 10 Sekunden? Ihr Betrüger. Wollt ihr mich ver... Nein. Ich glaub, ich soll das One-Up doch mal mitnehmen, oder nicht? Ich glaub, das One-Up ist nur für die Leute, die hier bis hier noch 10 Sekunden... äh, so eine Minute übrig haben. Gott. Guck mal, wie weit es noch geht. Einfach nach links. Konsequent. Und... Einfach, alter. Warte, weiter, weiter, weiter. Dead-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Steuung doof. Steuung blöd, Steuung blöd. Ach du Haltiger. Steuung definitiv blöd. Ja, verarscht mich doch. Ich hab den Dino nicht mehr. Warum hab ich den Dino nicht mehr? Weil das Spiel doof ist. Warum ist das Spiel doof? Weil das Spiel doof ist und ich den Dino brauche. Ah ne, der Dino... Ich brauche Hoshino um dieses... Wann habt ihr bekommen? Warte... Oder doch? Oh Gott, der Sonne nicht gefallen! Nintendo... Ich hasse euch doch alle. Arsch! Alter... Seid ihr Ärsche... Wüsste das? Hm... Das muss ein perfekter Run sein, sonst hast du verkackt! So, hab verkackt! Krieg's nicht mehr rechtzeitig hin! So, tschüss! Ich hab dich gerettet, du... Ach so, stimmt! Ja, der Text schommt eigentlich immer! Der Text schommt eigentlich immer, weil jetzt ist er ja wieder auf die Erde! Oder auf welchem Planeten Mario sonst noch ist! Und Mario ist ganz weit dem Weltall! Peach hat recht! Das ist ne Kack-Stage, weißt du das? Bowsers-Galaxien-Generator? Ich hasse dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, probieren wir es nochmal! Oh... Spiegel! Ich hasse dich nicht! Hm... Oh, ich heuch beinahe sich auch! Ihr braucht ja unbedingt zwei Hits, um euch zu besiegen! Zwei Hits, oder... Eine wunderbare Schnappwatterkarte! Papp, 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 papp! Schalter, Spiegel! Okay, hier müssen wir das Spiel verarscht einen, konsequent! Ich bin ein Depp! Meine Güte! Ich glaub, ich hätte abgürzten können! Oder auch nicht! Die Bünze! Ich glaub, die Wii-Mode ist jetzt schon ein bisschen laut, oder? Weißt ihr nicht? Ist die Wii-Mode zu laut oder zu leise? Das Spiel! Ja, kommt mal! Ich hab vergessen, dass Mario noch weiter rutschen muss, ne? Wenn er getroffen wurde, ich hasse ihn dafür! Weißt du was, ich spiel jetzt wieder bis zu dieser Stelle! Mit Null-Skill! Also ich spiel nochmal so ein bisschen Checkpoint bis zu der Stelle, wo ich gerade gestoppt bin. So. Wir sind wieder hier. Warte, ich will da nochmal... Alter, Knochen-Trocken. Kannst du mich bitte nicht wegschieben. Alter. Ist hier oben was? Ah, Zeit. Fert. Steuern? Die Stage ist offiziell meine Haast-Stage of all time. Ich glaube, das kann niemand mehr der Stage entnehmen. Alter. Das Spiel will unbedingt... Muss ich jetzt umbringen. Ja genau! Oh! 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 ja hier falsch das ist richtig nicht komplett richtig aber besser what the fuck ja mario du hast zeitprobleme weißt du es machte der fähig macht erstmal eine starkattacke haben ja alle zweiter welt ne klempner hast du 15 sekunden alle zeit der welt ja stimmt hier unten kommt der checkpoint in der luft gestorben ok der neue schnittpunkt an dem ich schneiden werde wenn ich sterbe wurde gesetzt mit dem checkpoint kann ich eigentlich schon sterben doch ich hab die zeit nicht eingesammelt deswegen du drecksau ich hasse dich ich hab blöde alter reagier einfach mal nicht auf das was ich mach nicht gut aber ich hasse diese stage wir sind nicht mehr im leichten gefiel deswegen so was höchstwahrscheinlich am gleichen tag zocken wie man das spiel das letzte mal gezockt hat und nicht fast und nicht ungefähr so neun bis zehn so acht bis zehn monate ok jetzt mal neun trotzdem neun monate später als das spiel das letzte mal gezockt hat soll hilfreich sein das heißt wenn ihr das spiel durchspielen wollt macht das jetzt macht das ich bin auf jeden Fall nicht so wenn ich mich an kotzt ich weiß dass die erstwelt nur aus sowas besteht mach halt eben nicht das was ich mach was ich dir sag du das ist unfassbar wie dieses spiel einfach nicht einfach nicht das mach was ich will ja schnauze ich hab wege direkt da ich schneid nochmal ich schneid nochmal ich nehme halt die kann auf wir Boah, ihr blödes Vieh, ey MUN Boah, was ist das für ein Scheiß-Stage? Meine Fresse. Boah, halt's Maul. Jetzt ist mir das für die Scheiß egal, wie lange ich sag. Boah, das hat keinen Bock mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin und tschö.